Okay, er ist nicht der rätselige Typ. Gleich sind wir da. Ich muss jetzt ein Gespräch anfangen. Du bist nicht von hier, oder? Nein. Zweiter Versuch. Woher bist du denn? Aus Galiläa. Galiläa? In Palästina. Ah, schön schön. Oh Gott, ein Terrorist. Ich komme aber auch immer an Männer. Florian, du spielst in dem Film ja Jesus und die meisten Schauspieler bereiten sich auf die Rolle vor, indem sie mit der Person sprechen, die sie Charaktere darstellen sollen im Nachhinein. Wie hast du das denn gemacht? Das ist in meinem Fall schwierig. Also er antwortet so selten, wenn man in die Kirche geht. Ich glaube, ich habe das tatsächlich gemacht wie bei jeder anderen Rolle. Ich habe geschaut, was ist der Mensch, den ich für diesen Film spielen kann dahinter. Du kannst ihn ja jetzt nicht als Abziehfläche oder sowas darstellen, sondern du kannst ja nur in dem Moment einen Menschen darstellen. Also habe ich geschaut, was wäre die Sehnsucht, was wäre die Angst, was will der eigentlich, warum ist der da auf die Erde gekommen. Das sind halt Dinge, die versuche zu verstehen. Um auf den Film einzigen. Wäre schön, wenn du einfach kurz in drei Sätzen zusammenfasst, worum es überhaupt geht. Naja, es konfrontiert tatsächlich die Religion mit unserer heutigen Welt und es geht um Marie, also ein ganz zeitgemäßes nichtgläubiges Mädchen, das sich aber auch noch nie Gedanken darüber gemacht hat. Und die verliebt sich ganz unschuldig in einen Typen, der ganz anders ist als sie und alle anderen Menschen um ihn herum. Und irgendwann, nach langer Zeit begreift sie, das ist tatsächlich Jesus. Und dann stolpert sie, will sie plötzlich die Welt retten, weil sie erfährt, dass das Ende der Welt auch noch naht und sitzt ganz am Ende plötzlich beim Zentrum aller Dinge und muss ein paar Dinge lernen oder Entscheidungen treffen. Dem Drehbuch, das hast du nicht einfach so aus den Fingern gesogen, sondern es gibt eine Romanvorlage. Inwiefern hat die dich beeinflusst, wie viel hast du übernommen und bei wie vielen Sachen hast du gesagt, ach wurscht, ich mache jetzt mein eigenes Ding? Nee, ach du sagst nie, ach wurscht, ich mache jetzt mein eigenes Ding, sondern es ist eine ganz klare Aufgabe, die mir gegeben wird, nämlich aus dem Stoff, den David sich da ausgedacht hat, einen Film zu machen. Also muss ich erstmal gucken, was ist für mich die Kernidee, worum geht es hier eigentlich? Also was ist das Herz der Dinge, zu dem wir am Ende des Filmes kommen? Und das hat ja immer was mit der Hauptfigur zu tun. Und dann suche ich natürlich aus, welche Figuren haben damit zu tun und welche Figuren sind Konfliktfiguren, was führt sie dorthin? Und wie finde ich Bilder, um das zu erzählen? Weil ein Kinofilm sich ja immer über Bilder erzählt und nicht jetzt nur über Dialoge. Apropos Bilder, es gibt richtig tolle Landschaftsaufnahmen, unter anderem auch ein See spielt eine große Rolle. Wo habt ihr denn in Bayern überall gedreht? Wir haben ja nicht nur in Bayern gedreht, also wir waren ja auch in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg. Also da gibt es auch wunderschöne Landschaften, hast du wahrscheinlich gesehen, da wo die Kirche ist. Das ist bei Freiburg. Aber der See, das sind zwei Seen, das ist einerseits der Weichensee und der Silvensteinspeicher. Da werden jetzt wahrscheinlich noch viel mehr Touristen in Zukunft hinkommen. Wie hast du es denn geschafft, dass die Crème de la Crème der deutschen Schauspieler zugesagt haben bei dem Film? Das funktioniert eigentlich immer nur darüber, ob die Leute Bock drauf haben oder nicht. Und das funktioniert wiederum, ob sie Figuren haben, wo sie was zu spielen haben oder was wittern. Und ich glaube, jeder Einzelne, und das ist das, was ich total in dem Film mag, jeder Einzelne dieser Figuren, ob sie nun klein oder groß sind, haben irgendwie einen Konflikt, an dem sich irgendwie zeigt, was es bedeutet, menschlich zu sein. Also jeder von denen ist ja verstrickt in irgendwelche, ich liebe den, kann nicht lieben, ist einsam, möchte dies, möchte das. Also alle, Jesus gerät ja da in so ein menschliches Kuddelmuddel und das ist ja irgendwie total schön und darauf haben Schauspieler natürlich dann oft Lust. Und du hattest offensichtlich richtig Lust drauf, du hast ja nicht nur das Geburt geschrieben, du hast auch dein Regie-Debüt gegeben und das Spiel, sondern auch die Hauptrolle. Warum hast du dir das angetan? Naja, die Hauptrolle ist ja erstmal Jessica. Also ich bin ja quasi so der Gegenpart zu Jessica. Das ist alles eins nach dem anderen passiert. Ich wurde gefragt, ob ich das Drehbuch schreibe und habe erstmal das versucht, so gut wie möglich zu machen. Und dann ging es darum, wie spielt man Jesus, wie spielt man den, ohne jetzt irgendjemanden auf die Zehen zu treten oder wie spielt man den überhaupt, ohne so ein Abziehbild zu werden und eine Klamaukfigur oder, also um aufrichtig zu sein. Und das geht ja eigentlich nur, indem man versucht, den Menschen zu finden, den man dahinter irgendwie sucht. Also das hat mich fasziniert und natürlich, wenn man sich dann so lange mit einer Geschichte auseinandersetzt und ein Drehbuch geschrieben hat, dann kommt man dem Stoff ja sehr nahe und dann schaut man natürlich, dass man da Sachen reinbringt, die einen auch berühren. Also wie gesagt, das sind ja Fragen, mit denen ich aufgewachsen bin. Jetzt bist du ja römisch-katholisch getauft und aus der Kirche aber ausgetreten. Warum denn? Das war in einer Phase, wo ich wirklich massive Probleme hatte mit dem, wie die Kirche umgegangen ist mit Themen wie zum Beispiel, ich glaube Verhütung war der Punkt, warum ich rausgegangen bin. Das war Johannes Paul II. noch. Und da ging, glaube ich, also es war große Aids-Problematik in Afrika und in Südamerika und er hat aber propagiert, dass keine Kondome hergenommen werden dürfen. Wo ich sage, das grenzt ja da dann schon wirklich an Körperverletzungen. Da habe ich gesagt, das möchte ich nicht unterstützen. Und dann kamen immer wieder diese ganzen Sachen. Ich hatte ein Problem mit der Kirche tatsächlich. Und trotzdem greifst du ja ein Thema auf, das sehr kirchlich ist. Warum hat das dich so gereizt und gepackt? Na, ich bin da erstmal so ein bisschen, oh Gott, jetzt sage ich das, dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Es gab dieses Projekt und ich wurde dazu gebeten oder gefragt. Und dann setzt man sich natürlich mit den Dingen auseinander, die man im eigenen Leben findet. Und natürlich bin ich ja damit aufgewachsen und es gibt bestimmte Sachen, mit denen ich mich natürlich auseinandersetze. Und da gibt es einmal die Frage der Religion und der Kirche und dann gibt es eine, auf der anderen Seite halt die Frage, was ist denn im Kern der Religion? Also was ist denn der Inhalt? Also ich habe versucht, mich mit beiden auseinanderzusetzen. Und ein Kollege von dir hat vor, das ist eigentlich sehr schön benannt, und hat gesagt, du machst dich über die Verpackung lustig, aber nicht über den Inhalt. Und versuchst dem Inhalt näher zu kommen. Und das ist, glaube ich, das kann man sehr schön sagen. Darum geht es in dem Film ein bisschen. Hattest du für den Film einen theologischen Berater? Nee, nee. Also David hatte massiv, glaube ich, Kontakt mit vielen Theologen, als er das Buch geschrieben hat. Aber nein. Aber witzigerweise hatten wir während des Drehs auch Kontakt mit diversen Leuten, die von unterschiedlichen religiösen Blättern kamen. Und das war ganz spannend. Also weil sie erst auch sehr misstrauisch und so, muss das jetzt sein? Und je mehr wir darüber gesprochen, haben sie gemerkt, ach, guck mal, nee, es geht ja um was anderes. Also natürlich ist es eine Komödie, natürlich ist es ein Unterhaltungsfilm, aber im Kern darf man ja diese Fragen stellen. Und soll man vielleicht sogar stellen. Wer ist in der Stadt? Wer? Er. Es gibt eine Szene im Film, da könnte es einem die Haare aufstellen, wenn man gläubig ist. Und zwar der liebende Jesus schlägt oder prügelt sich mit dem Satan. Das würde Jesus ja eigentlich nie tun. Warum hast du das gewählt? Und hast du da vielleicht auch ein paar Worte der Kritik schon gehört? Ja, ja, ganz am Anfang beim Buch gab es dann schon wirklich massive Vorbehalte. Aber erstens mal wissen wir nicht, was Jesus tun würde. Zweitens mal, wenn man das Neue Testament liest, gibt es durchaus Sachen, wo der gute Mann in Zorn geraten ist. Und drittens geht es ja in unserer Geschichte genau darum, dass auch Jesus nicht nur ein Abziehbild von Güte sein soll, sondern eine Entwicklung hat. Und bei uns ist es ja die, dass jemand nach 2000 Jahren, die er als Idol herhält, tut er ja, auf die Erde kommt und in das Menschliche reingerät und Marie trifft und plötzlich wieder Sachen riecht, einen Wein trinkt oder vielleicht sogar eine auf die Backe bekommt oder sowas und mehr und mehr oder sich verguckt in jemanden. Also mehr und mehr Sachen findet, die einem eigentlich nur Menschen zugedacht sind. Und man hat so diese versteckte Sehnsucht, wie, 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 also ein Mensch zu sein und aber natürlich auch diese Angst davor, weil er ist ja nicht besonders gut gefahren damals. Und genau darum geht es. Und dann haben wir ja auch einen Teufel, der nun genau das ausnutzt, der genau diese Sehnsucht erkennt und sagt, naja, da wollen wir doch mal sehen, wie weit wir dagegen können, eben quasi das Herz zu brechen. Und da, da passiert natürlich das, dass dann Jesus sagt, also zu einem Punkt kommt, wo ich sage, okay, gut, du wolltest mich menschlich, dann handle ich menschlich. Und da hat sich natürlich dann Teufel geschnitten. Und das ist, finde ich, finde ich ganz spannend. Und sich auch Jesus nachher wieder rückbesinnigt, rückben muss und sagen muss, okay, es geht um was anderes. Ich kann nicht, es ist mir einfach nicht gegeben. Ich darf nicht einfach so ein Mensch sein. Und das ist ja auch so ein bisschen traurig. Jesus kann in dem Film, klar, er lernt einerseits menschlich zu sein, andererseits hat er seine göttliche Fähigkeit noch, wie er kann über Wasser laufen, er kann Menschen heilen. Welche dieser Fähigkeiten hättest du denn gerne? Also über Wasser laufen, finde ich jetzt eher so eine effekthascherische Sache. Das braucht man, glaube ich, nicht. Vermutlich wäre, Leute zu heilen, dann würden die Leute alle Schlange stehen bei einem. Das ist immer das Problem. Wenn du Jesus wärst, dann würden die Leute Schlange stehen. Und deswegen bleibt ja relativ Platz für den, als Menschen selber. Inwiefern hat es dich denn jetzt verändert, Jesus zu spielen? Bist du ein bisschen nachdenklicher geworden? Hast du achtest du vielleicht selbst darauf, mehr Gutes zu tun? Oder hast du das alles recht schnell verdrängt? Ja, wir Menschen sind ja generell so gestrickt, dass wir Sachen sehr, sehr schnell wieder verdrängen. Ich glaube mir nicht. Aber was da definitiv passiert ist, dass ich mich tatsächlich mal wieder mit den Sachen auseinandergesetzt habe oder mich mal gefragt habe, was ich denn glaube, was ist denn im Kern? Warum haben wir denn Religion überhaupt? Es gibt ja offensichtlich einen Grund, und zwar jetzt nicht nur das Christentum, sondern es gibt ja schon ja tausende Religionen und unterschiedlichste Religionen, die sich die Leute ja ausdenken oder nicht ausdenken. Darüber kann man ja streiten. Aber es gibt ja einen Grund und einen Drang, sich so die Sachen zu erklären. Warum macht man das? Und das hat mich nachdenklich gemacht. Und bin dann so im Kern auf drei Sachen gestoßen. Warum wir das machen? Erstens mal haben wir natürlich Angst zu sterben. Auch vollkommen natürlich. Also wir sagen, wenn ich tot bin, was ist denn dann? Wo wir uns nie die Frage stellen, bevor wir geboren waren, waren wir ja auch nicht. Ist ja eigentlich auch kein Problem. Dann, was haben wir überhaupt für einen Sinn? Was soll das hier? Die Frage können wir uns eigentlich nie beantworten. Es sei denn, wir haben etwas wie eine Religion. Und drittens halt, wie schaffe ich das mit anderen Leuten zusammenzuleben, ohne dass wir uns die Köpfe eindreschen? Und das sind ja drei sehr gültige Punkte. Und wenn die die Menschen erden, dann kann ich das ja nur unterstützen. Also dann sage ich, das macht doch Sinn. Leider wurde Religion ja im Laufe der Geschichte zu 90 Prozent dazu genommen, anderen Leuten die Köpfe einzutreschen. Was natürlich so ein bisschen eine Perversion des ganzen Gedanken ist. Was ich mich frage, ich habe den Film ja gesehen, und die Gläubigen werden eigentlich durch die Bank ziemlich so als durchgeknallte Vollidioten dargestellt. Warum? Naja, es ist nicht die Gläubigen, worauf wir, ich glaube, worauf wir rumreiten, das ist genau das, was dein Kollege vorher gesagt hat. Er hat gesagt, wie gesagt, du machst dich lustig über die Verpackung, aber du fragst trotzdem nach dem Inhalt oder machst dich nicht lustig über den Inhalt. Ich mache mich nicht lustig über Gläubige, ich mache mich lustig über die Leute, die auf der Verpackung rumreiten und die für ihre Zwecke benutzen. Und davon gibt es ja sehr viele. Also darauf kann man ja schon hinweisen. Ich finde schon, dass man die Kirche als Institution sehr wohl kritisieren kann und infrage stellen, wie kommen wir dazu, dass ein Mann oder die Kirche behauptet, sie wählen jetzt den Stellvertreter Gottes auf Erden. Das finde ich schon ein bisschen eine Anmaßung. Also was sagt ein Gott dazu? Also das finde ich spannend. Und ich finde das auch, dass man das infrage stellen kann. Solange man im Kern sagt, worum geht es denn im Kern? Und ich wollte halt Jesus mit der Botschaft, die er damals vor 2000 Jahren hatte, konfrontieren auch teilweise mit den durchgeknallten Dingen, die mit Religion passieren. Das wäre jetzt ein langweiliger Film, wenn ich ihn konfrontieren würde mit allen Leuten, die durch ihren Glauben Frieden gefunden haben usw. Das ist ja alles gut und das ist ja auch super, aber das ist dann kein Film, sondern ich konfrontiere ihn natürlich mit den Dingen, wo Religion pervertiert wird. Jetzt hast du es schon angesprochen und ich denke, das ist auch die Erklärung dafür. Jesus kennt den Papst nicht. Woher soll er ihn denn kennen? Er hat ja nur zu Petrus damals gesagt, du bist der Stein, auf den ich meine Kirche baue. Und danach, jetzt setzen sich Kardinäle zusammen und wählen den Papst. Das ist ja auch gut, du brauchst ja da auch einen Vorsitzenden und so, aber es ist der Vorsitzende der Kirche. Und ich nehme auch an, die anderen christlichen Kirchen finden das nicht so cool, wenn der Papst sagt, meine Meinung ist die Meinung Gottes. Also Gott sei Dank macht man das ja auch nicht mehr, diese Unfehlbarkeits, wie ist das Unfehlbarkeitsparadigma. Aber das gab es total lange. Ich meine, wie anmaßend ist es, es ist immer noch ein Mensch. Der Herr Ratzinger ist doch auch ein Mensch und er ist sich auch dessen bewusst. Also das finde ich schwierig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, hier sind wir die Menschen und es gibt tatsächlich Gott als eine ordnende Kraft, dann gibt es ja unterschiedliche Gruppen auf der Erde, die unterschiedliche Arten haben, ihn anzubeten. Also sonst würde man ja behaupten, es gibt nur den christlichen Gott und nur die hier haben Recht und die hier, die Moslems, obwohl sie ja auch an denselben Gott glauben, haben schon mal Unrecht. Schwierig, weißt du? Also da sind die Menschen sehr rechthaberisch und das ist, glaube ich, das, warum es so viele Kämpfe gibt auch drumherum. Eine Frage habe ich. Und zwar sitzt Jesus auf dem Kirchendach mit nacktem Oberkörper, lässt sich sonnen. Muss Jesus auch sexy sein? Nee, tatsächlich, der Grund in der Szene ist ja ein anderer. Also ich hätte das gerne anders gemacht, aber der Grund ist, dass in der Szene Marie begreift, dass sie Jesus vor sich hat und dazu muss sie sehen, muss sie seine Wunden sehen. Das ist der einzige Grund, warum Jesus da oben ohne ist. Nicht, weil er sexy sein soll. Maria Magdalena und Jesus fühlen sich im Film sehr angezogen, passen aber augenscheinlich erstmal überhaupt nicht zusammen. Worauf begründet sich denn die große Liebe? Das ist ja so ein bisschen eine Behauptung. Also das ist, es gibt ja oder überliefert ja diese Geschichte zwischen Maria Magdalena und Jesus. Da streiten sich jetzt ja auch, erscheinen sich ja auch die Geister, aber woher sollen wir es wissen? Das sind Legenden. Wir triggern das ja quasi nur an, dass es dann eine Verbindung gibt, die sehr lange zurückliegt. Und da stelle ich natürlich dann auch mir die Frage genauso mit dem Zölibat, wie ist denn das? Also das kam ja auch erst, du wirst es besser wissen als ich, das kam doch erst im 6. und 7. Jahrhundert oder so, oder? Hat ja auch irgendjemand entschieden. Ich verstehe wieder den Gedanken dahinter, warum man das macht, dass man sagt, es geht ja nicht darum, du darfst nicht in der Frau schlafen, weil Frauen sind unrein, das wäre ja auch sehr frauenfeindlich. Es geht glaube ich nur darum, dass man sagt, man soll sich in so einer Position konzentrieren auf eine Sache und soll versuchen, das zu verkörpern. Und das ist ja auch so ein bisschen die Last, unter der Jesus so ein bisschen leidet und es ist ja auch schön, das mal zu zeigen. Letzte Frage schon. Hast du den Film jetzt eher für Gläubige gedreht, um die aufzugrütteln und zu sagen, du darfst auch mal ein bisschen kritisch sein an der Verpackung? Oder hast du das für Leute gemacht, die eigentlich gar nichts mit dem Glauben anfangen können, dass sie sich auch mal ein bisschen damit beschäftigen? Ich versuche, genauso bei Vincent war es ähnlich, ich versuche einen Film zu machen, der ein trojanisches Pferd ist. Also ich versuche eine Komödie zu machen, der erst mal eine Unterhaltung ist, wo die Leute Lust haben und Spaß daran haben und das haben sie ja auch. Ich freue mich aber natürlich, wenn ich im Bauche des trojanischen Pferdes ein paar Fragen transportieren kann. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Leute rausgehen mit ein paar Fragen im Herzen oder ein paar Dingen, mit denen sie sich auseinandersetzen. Und mehr kann ich bei Gott nicht verlangen. Bei Gott. Hat wunderbar gepasst. Ich danke vielmals für das Gespräch und viel Erfolg für den Film. Der letzte Tag hat begonnen. Und Weltuntergang war noch nie so romantisch. Mein ganzes Geld habe ich gespendet. Nur dem Benedikt habe ich nichts gegeben. Wem? Dem Papst. Kennst du nicht? Wem? 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 Vielen Dank.